Hi, mein Name ist Tobi, ich bin 31 Jahre alt und gelerter Koch. Mein Name ist Jasmin, ich bin 32 Jahre alt und gelernte Bürokauffrau. Gemeinsam haben wir eins und zwar, dass wir gerne die Welt bereisen bzw. gerne unterwegs sind. Dazu muss man sagen, dass wir selbstständig sind seit diesem Jahr und mein Hauptsteckenpferd ist Instagram und Tobi ist aber schon immer leidenschaftlicher YouTuber bzw. wollte schon immer gerne einen qualitativ hochwertigen YouTube-Kanal machen. Und deswegen haben wir uns vorgenommen, dieses Jahr einen Land Rover Defender 110 TD4 oder TD5, je nachdem sind wir noch auf der Suche, zu kaufen und diesen von Grund auf neu aufzubauen, um daraus das perfekte Travel-Output für uns zu machen. Genau, also es wird hier um Reisen gehen, um den ganzen Umbau ganz detailliert und vielleicht kann ich Tobi jetzt gelernten Koch überzeugen, dass er ab und zu mal so Outdoor-Küche zeigt, weil das finde ich auch ganz geil. Wer weiß, das werden wir dann sehen oder ihr werdet sehen, wenn ihr diesen Kanal auf jeden Fall abonniert und den Daumen nach oben bei jedem Video klickt, was in Zukunft kommen wird. Von daher würde ich mich freuen, wenn ihr in Zukunft dabei seid. Macht's gut. Ciao.